Bravo, bravo! Klasse, auf, weiter aus, Sachsen-Mai-Holm. Über Brandenburg, Bautzen, weil geht nicht genau. Und mit der 12.04, der Markus Jakob ist auch wieder zurück. Also, Glückwunsch euch allen zu Klasse. Schmiedersannus, super. Eine Stunde 46 Minuten, das ist richtig schnell im Halbmarathon. Quasi genau auf 5 Minuten pro Kilometer. Der Christian Henninger richtet seine Nummer noch mal zurecht. Jawohl, das hat er gut gemacht, das hat er recht gemacht. Dann haben wir mit der 13.75, den Matthias Höhmann. Und mit Nachwuchs gleich nochmal, die 12.20, der Dodi Katzmar ist zurück mit seinen Filius.